Also eben kann ich mich nicht beschweren, ich habe richtig gut Punkte gemacht. Aber warum ja immer jetzt, ich bin ja immer ständig immer ambush. Aber ich finde es halt irgendwie peinlich, dass ich da der Beste bin, weil ich bin ja auch kein Profi. Die sind alle halt so wie schlecht wie ich. Naja gut, eigentlich sind die meisten noch besser als ich, weil die meisten haben ja trotzdem noch die ganzen Kills. Naja, die sind nicht besser, was die besser haben, die haben wahrscheinlich echt Geld in die Hand genommen. Und wieder ambush. Ambush OMS. Nein. Angreifer, Armour, Navy. Tidegger, True Power. Ist halt super, ne? Spielen wir jetzt die ganze Woche ambush? Ja. Ja, dann können sich die Zuschauer da mal richtig was abgucken und können sehen, wie die Karten aussehen. Ja, genau. Und dann am Wochenende kommt dann das Special, ne? Wo steht welcher Grashalm? Das stimmt echt. Dann sieht perfekt aus dann. Ja. Aber verlieren trotzdem. Wirst du schon im Spiel drin, ne? Nein. Du hast ambush gesagt? Steht auf Einsatz warten. Noch da. Achso. Aber es steht halt schon da Ambush OMS. Oh, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Eben. Doch jetzt. Doch jetzt. Das hat nämlich jetzt ganz schön lang gedauert. Das hat jetzt lang gedauert, ja. Gills müssen auf dem Markt gekauft werden, bevor sie eingesetzt werden können. Für manche Module gelten Stapelabzüge durch den Einsatz mehrere Module gleichen Typs, nehmen die wahrscheinlich die Wirksamkeit jedes weiter Modus ab. Ja. Ja. Das ist die Stacking Penalty. Mhm. Das heißt, wenn du Damage oder sowas moddest, gibt dir in den, da wo du Schild machen kannst, auf der linken Seite beim Dropsuit, wo du da schaden machst, maximal dreimal machen. Weil der nächste ist nur noch 40% oder so wert. Ah, okay. Verstehen. So, los geht's. Ja, super. Ich suche immer einen Spawnpunkt, dabei ist es ja wieder Ambush. Sieht so laut aus, ob der Karte, ne? Ja, ja. Ich sehe nur Felsen. Ich guck dir immer erst so, hä, haben wir schon verloren? So. Wo bist du? Hinter dir. Gar nicht schnell jetzt hier in den Spawnpunkt legen. Bäm. So, los geht's. Los geht's. Und jetzt wieder. Die ersten sterben von uns schon. Ich muss ihn rappen. Ich muss ihn rappen. Rapp hier. Hab ihn gerappt. Von hinten? Was sind noch mehr Gegner? Bist du tot? Na von... Nö. Rappst du dir? Pass auf, ne Gramate. Oh. Oh, ich lebe noch. Äh. Ja, wie? Ich rapp dich. Hier ist noch einer Tod dort hinten. Dort hinten kommt jemand. Oh, ich hab die Dings in der Hand. Was? Wo konnte ich die Waffe wechseln? Was, wie? Hä, was verwechseln? Äh, mit R2. Oder was? Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, weil du noch dein Dings hier, meine Spritze in der Hand hatte hier. Bauernpack dann. Also, das ist jetzt auf jeden Fall mal ein anderes Team als vorhin, weil guck mal, wie viel Spawnpunkte um Munition hier schon liegt. Kann ich mir noch Granaten holen? Schön, Granate gekriegt. Das sieht schon gut aus, das Team jetzt hier. Geh auch mal da vorne irgendwie mit daher. Ja, ich komm hier nicht durch. Ich hab's gesehen. Oh, hier unten. Die haben schon dort so ein Dings eingenommen. So eine... Jetzt haben wir die Kanone. Oh, was ist denn das? Ach, das sind Raketenwerfer? Oder was hat der Karte in der Hand? Von rechts. Die Kanone geschossen, siehst du es? Das ist ein Raketenwerfer, oder? Oh Gott. Boah, wer hat denn den Raketenwerfer? Oh nein. Und ich heil schon immer voll drauf. Der hat schweres Maschinengewehr Golem gehabt. Ich hab ihn tot gemacht. Hat ihm seine Golem auch nichts genutzt. Ach, starte ich jetzt an einer guten Stelle, oder? Und ich starte von so einem scheiß Miliz-Sturmgewehr. Da bin ich verreckt, ne tolle Sache. Ach, nix. Wo startest du? Am Proxorgungslager. Ja. Ah. Nein. Ich bin schon wieder gestorben. Wo bist du? Ganz vorne bist du. Ich will da auch hin. Die kommen von hinter uns. Da, wo wir gespawnt sind. Da sind sie gerade alle. Oh, hier oben ist einer auf dem Berg. Nichts Sinn. Das ist mein Kill-Unterstützung. Besser als nix. Wieder Kill-Unterstützung. Wer hat jetzt geschossen hier? Von wo kam das? Hab dich. Und wo kam denn das jetzt? Von links irgendwo. Schieß in noch von links. Rapp mich mal, wenn du mag. Punkte, Punkte. Ach, zu spät. Egal. Oh, links, oh, links, oh, links. Läuft einer links, links, links. Hinterm Felsen steht der. Da wende ich jetzt. Da steht auch einer. Stimmt. Oh, hast du ihn? Ne, ne? Und wer hat den getötet? Hier oben klutscht, da ist auch noch einer. Oh, oben. Der läuft gerade nach rechts. Vorne. Ich rappe mal den hier vorne kurz. Den rappt schon. Oh, wenn er sich in der Film-Unterstützung war. Da steht noch einer. Ah, war so klar. Können wir mich wieder beleben? Ach, von oben schießen die. Wo bist du? Ich bin tot. Ne. Jetzt kommen sie. Ich glaube, wenn man einen Kopfschuss kriegt, ist man tot. Weil ich komme manchmal nicht wieder rein ins Spiel. Oh, da sind so viele Sniper oben auf dem Berg. Da sind ganz viele Sniper. Von rechts. Oh, hier steht einer. Oh, jetzt hat er mich voll erwischt. Scheiße. Ich kann dich nicht wieder beleben. Ne. Dann hast du nämlich nur den Punkt weiter und kannst nicht Hilfe anfordern. Ja, genau. Dann geht es nicht. Mal wieder Versorgung, Sauggestattung. Das ist schon mal gut. Sie wurden gescannt. Oben auf dem Dach, über mir ist einer. Über mir auf dem Dach. Da war gerade einer. Echt? Der hat mich übelst runtergeschossen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber... Wie steht's? Wie steht's? 96... Oh, Kopp war ganz gut für uns. Mhm. Dort hinten ist doch schon wieder jemand. Ah, ich hab mir jetzt aufgeschossen nochmal. Auf dem Berg stehen sie noch. Ah, der Ende, der ist mit dem Visier zumindest. Oh, was war denn das? Wo schießen die denn bitte? Wo sind denn jetzt die Gegner? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist einer tot. Die kommen wieder von hier. Dachte ich zumindest. Hä, wo sind denn jetzt die Gegner? Bitte hin. Links fährt ein rotes Auto. Linke Seite, linke Seite, hier links. Ah, nee, das andere von oben. Hier links, dreht dich mal um komplett. Rot. Hä? Hier war gerade ein Gegner hinten. Hm, ja, hier sind sie doch mal, ja. Wo bist du dort? Scheiße. Hier hinter Berg. Bei der Kanone ist ja, links am Berg ist einer hingelaufen. Das war die Kanone. Und links davon ist einer gelaufen. Ich hole mir mal schnell die Kanone. Ja, links ist einer. Ich habe noch erledigt. Ich hecke die Kanone. Schnell! Missionstimer bei 50%. Der schießt immer noch auf die Kanone. Das gehört zu uns. Nicht der mit dem... Raketenwerfer oder was das denn so. Obwohl das auch cool aussieht. So ein Ding würde ich auch mal haben. Ja, das sieht auch cool aus irgendwie. Die Dinger... Habe ich schon nie gesehen gehabt. Ja, du kannst halt wahrscheinlich ein... Wo schießt der hin? Oh, da schießt der hin. Achso, das noch. Versorgungsdepot. Und hinten kommt ein Panzer. Oh, dort kommt jemand in Gefahren. Ein Panzer. Den muss er ballern. Ich kann doch nicht auf dem... Dort unten läuft noch einer, ne? Ja, lass laufen. Der hat auch links. Wo schießt noch einer? Oh, schießt noch einer. Kann ich dir nicht Messer nehmen? Dort läuft einer links lang. Wo ist links? Siehst du das? Unten? Der läuft zu der Kanone, zu der roten. Haben wir nicht gesehen. Ja, der war immer ganz klein zu sehen. Jetzt schießt er mit uns auf uns. Oh Gott. Ja. Aber wir haben gewonnen. Aber war nicht so gut. Ne, doch. Jetzt fand ich besser. Ich war jetzt besser. Ich war jetzt schlechter. Ne, ich war jetzt mal ganz gut. Bin zweimal sinnfrei gestorben. Na, gestorben bin ich nicht so wie so sinnfrei wie immer. Ich habe jetzt 600.000 ISK. Ist gut. Hä? Wo hast du... Na gut, ich gebe mein Zimmer aus jetzt. Ne, jetzt habe ich mal gespart extra. Ja, immer, Alter. Boah, zwei Kills. Unglaublich. Vier Kill Unterstützung. Und zweimal gestorben. 500 Punkte. Ich war voll schlecht. Ich bin nur zweimal gestorben, ey. Also jetzt war es echt mal eine gute Runde. Von mir echt. Hatte ich noch nie so gut eigentlich. Na, na, nun wenn wir dich übertreiben. Auf Punkt habe ich trotzdem wenig, denke ich mal. Ja. Aber endlich mal ausgeglichener Ratio. 2-2. Muss 10 zu 0 stehen immer. Aber nie hier auf der Playstation. Nein.